Hallo, in diesem Video der dritte Teil der nicht enden wollenden Serie. Sprecher erzählt Layman Shit aus einer Zeit, als Porn für Geeks nur über Lochkarten ausgeliefert wurde, die man noch selbst lochen musste. Wir waren stehen geblieben bei IBM, die inzwischen verstanden hatten, dass Microsoft nicht mehr am selben Strang ziehen würde und die Entwicklung am DOS-Nachfolger torpediert hat, was das Zeug hält. Unter anderem, weil einige der nicht machbaren Programmfunktionen am Ende in Windows 3 auftauchten. IBM wollte alleine weitermachen, merkte allerdings relativ schnell, dass man nicht die Erfahrung und auch nicht die Power dazu hat. Deswegen hatte man ja Microsoft überhaupt erst als Partner an Bord geholt. Windows gab es inzwischen in der Version 3 und konnte aufgrund der letzten sieben Jahre durchaus auf eine stolze Nutzerschaft zurückschauen, ebenso auf die entsprechende Softwarebasis. Denn nicht nur Microsoft hatte inzwischen viele Programme für Windows entwickelt, auch andere Hersteller boten Software für Windows an. Man erkannte inzwischen die Vorteile, die Windows für die Entwickler brachte. Hardware-Treiber waren einfach dabei und die Entwicklung neuer Programme direkt unter Windows war viel einfacher, als das noch unter DOS der Fall war. Damit hatte man sich die dominante Stellung erarbeitet, die am Ende dafür sorgte, dass auch IBM nicht mehr an Microsoft vorbeikam. Das alles interessierte Apple derweil gar nicht. Die fühlten sich richtig verarscht und haben 1988 Microsoft bezüglich der Fenster in Windows 2 und Windows 3 auf 5,5 Milliarden Dollar verklagt. Und das war 1988. Überlappende Fenster, das war einer von vielen Knackpunkten, an denen Apple glaubte, Urheberrechte zu haben. Ferner glaubte Apple, Microsoft noch im Griff zu haben. Denn noch 1985, also drei Jahre zuvor, lizenzierte man dieselbe Fenstertechnik in einem Geheimabkommen an Microsoft. Aber natürlich so kastriert, dass Windows den Apple-Computern nicht gefährlich werden konnte. Mit Windows 3 zeigte sich dann aber die Power, die aus der unglaublichen Verbreitung von Windows resultierte. Und Apple befürchtete, dass Microsoft nun auch hier genug torpediert hätte und verklagte Microsoft nach entsprechenden Warnungen natürlich diesbezüglich auf die Verletzung des Lizenzabkommens. Grundlage der Verletzung war das Urheberrecht. Ja, richtig, das Urheberrecht, das auch heute noch für jede Menge Spaß steht. Problem war allerdings, dass es das amerikanische Copyright in Verbindung mit Software noch gar nicht so lange gab. Apple schien also auch hier mal wieder weit seiner Zeit voraus zu sein. Klar ist, dass einzelne Worte einandergereiht unter das Urheberrecht fallen können. Und auch grundsätzlich der Inhalt und die Struktur einer Geschichte können geschützt sein. Aber können auch Fenster auf einem Bildschirm geschützt sein? Und wenn ja, waren die Punkte eventuell doch vom Lizenzabkommen abgedeckt? Das war damals eine richtig gute Frage. Heute wäre der Fall klar gewesen. Klar wie Kloßbrühe. Ich denke mal, ich verrate jetzt nicht so viel, wenn ich sage, dass Apple heute sowas von gewonnen hätte, da wäre wahrscheinlich unser Innenminister persönlich direkt nach Redmond geflogen und hätte Bill in die Klöten getreten. Damals allerdings war die Diskussion noch recht offen. Das US-Copyright, ganz ähnlich wie das deutsche Urheberrecht, ist eigentlich dazu da, um Sachen von Urhebern zu verbreiten, nicht zu verbieten. Es soll lediglich eine Art Investitionsschutz für den Urheber sein. Etwas über das Urheberrecht zu verbieten, ist nicht vorgesehen. Aber kurz danach haben wir in Deutschland zum Beispiel die GEMA und die CDU erfunden, die den eigentlichen Zweck komplett pervertieren, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Kommen wir wieder zurück zum Fall. Der Hintergrund der Klage gestaltete sich wie folgt. Die grafische Benutzeroberfläche, die wurde bereits 1970, also schon lange vor Apple erfunden, von einer Firma mit dem Namen Xerox. Doch die machten Kopierer, also die Dinger, auf die man Blätter legt, dann drückt man eine Taste und am Ende wird das Bild abgelichtet und es kommt eine Kopie raus. Das war quasi die Hardware, mit der ihre Eltern und Großeltern die ersten Raubmordkopien erstellt haben. Und die Eltern meiner Kollegen, die haben sicher damals schon Porn kopiert. Ja, ich weiß, es gibt einige Konstanten im Universum, die sich offenbar nie verändern. So auch die allseits beliebte Office-Slut. Das ändert sich offenbar auch nie. Damit habe ich jetzt natürlich nicht meine Kollegin gemeint, die ist über jeden Zweifel erhaben. Sonst schmeckt der Kaffee nachher wieder so solzum, als wenn da einer reingerotzt hätte. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Eine grafische Benutzeroberfläche haben die Kopierer aber nicht wirklich gebraucht und so hat sich Xerox entschieden, das nicht weiter zu vermarkten und hat es schlussendlich 1979 Apple gezeigt. Die brauchten eine grafische Benutzeroberfläche für ihren Computer Lisa und den Macintosh. Die hatten stärkere Prozessoren als der Vorgänger und der hätte so etwas stemmen können. Genauso wie die Nachfolgechips von Intel, weswegen Microsoft 1983 Windows ankündigte. Es dauerte aber noch zwei Jahre, bis Windows am Ende fertig war. Und deswegen 1985 unterschrieben Apple und Microsoft ein geheimes Abkommen, welches die Benutzung von Fenstern in Windows 1 erlaubte. Im Gegenzug würde Microsoft auch weiter Software für Apple-Rechner erstellen. Machten sie natürlich vorher auch schon. Wir wollen nicht vergessen, dass Microsoft der größte Software-Lieferant für Apple war. Insoweit war das natürlich nur bedingt freiwillig von Apple, aber auf der anderen Seite hat, nach Apples Meinung, der Vertrag nur beschränkte Fenster erlaubt. Man glaubte mit dem Vertrag, Microsoft in Schach halten zu können. Und so hielt das Abkommen, bis Windows 2.03 am Ende rausgekommen ist. Das war Apple dann doch zu Mac-like und man spürte die Gefahr, die sich ergeben konnte. Ergo wurde geklagt, 5,5 Milliarden Dollar. Und nur für die Akten? Apple hat zeitgleich auch Hewlett Packard verklagt. HP kennen Sie eventuell noch aus unserer beliebten Serie mit dem Titel Scheiße, mein Drucker druckt kein Falschgeld. Damals haben die also auch noch Computer hergestellt, die sie mit einer grafischen Benutzeroberfläche ausliefern wollten. Apple klagte über erhebliche Übereinstimmungen zwischen Windows und dem Apple-Betriebssystem. Der sogenannte Look and Feel sei einfach zugleich. Und das sei mit dem geheimen Abkommen nicht abgedeckt gewesen. Und so dauerte es mehrere Jahre, bis das erste Gericht und danach noch ein paar Jahre, bis das Berufungsgericht zu einer Entscheidung kam. Urteilsbegründungen waren wie folgt. Zum einen bezweifelte das Gericht, dass eine grafische Benutzeroberfläche überhaupt über ein Copyright abgesichert werden könnte. Es könne niemals das Ziel, also das Ergebnis gesichert werden, sondern immer nur der Weg zum Ziel. Und wenn es praktisch nur einen Weg gäbe, das Ziel zu erreichen, denn wie viele Möglichkeiten gibt es, Fenster auf einem Bildschirm anzuzeigen? Dann kann in dem Fall auch nicht mal der Weg geschützt werden, weil nämlich dann das Schützen des Weges der Schaffung eines Monopols gleichkommen würde. Damit war Apple natürlich nicht einverstanden und wehrte sich. Das Berufungsgericht klärte dann darüber hinaus auch noch die Frage, ob Apple auch die Weiterentwicklungen der Fenster erlaubt habe. Apple argumentierte nämlich, dass die Verletzung durch Microsoft darin bestand, dass man ihnen zwar die Windows-1-Fenster vertraglich gestattet hatte, aber nicht die Weiterentwicklung der Fenster. Und Microsoft war natürlich der anderen Meinung und argumentierte wie folgt. Microsoft meinte, dass die Fenster in Windows 1.0 eine weiterentwickelte oder abgeleitete Version der grafischen Benutzeroberfläche vom Macintosh war. Es waren ja nicht genau die gleichen Fenster, ergo muss es ja eine abgewandelte Version oder eine weiterentwickelte Version sein. Und für diese weiterentwickelten Fenster, dafür habe man das Abkommen mit Apple. Denn da steht wörtlich drin, abgeleitete Arbeiten. Und cleverer Vertrag, richtig, es stand drin. Und insoweit sind die Fenster von Windows 2.0, abgeleitete Fenster von Windows 1.0, die abgeleitete Fenster vom Apple-Macintosh waren. Und insoweit war das alles erlaubt. Also eine Klatsche für Apple, ein großer Sieg für Microsoft, aufgrund eines clever ausgehandelten Vertrages. Microsoft hatte nun die Mittel und auch noch die Rechte, früher oder später eine gute Benutzeroberfläche zu erstellen. Und mit dem Vertrag mit IBM sorgte Microsoft und DOS für die Verbreitung von Windows. Die große Verbreitung sorgte dann natürlich dafür, dass Entwickler lieber für Windows als für Mac-Software erstellten. Es war also zum zweiten Mal ganz knapp für Microsoft. Aber wieder hatten sie gewonnen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, aber dazu mehr im nächsten Video. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.